Mein Bewerbungsgespräch ist schon ziemlich lange her, aber ich habe es noch gut in Erinnerung. Ich habe mit meinen direkten Vorgesetzten und damals eine Assistentin das Gespräch geführt. Es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Das Bewerbungsgespräch war recht einfach. Ich war Praktikant. Man hat geschaut, wer ich bin, dass ich zuverlässig bin, dass ich ehrlich bin. Und dann hat man mich gefragt, kannst du dir vorstellen, bei uns als Arbeitsvorbereiter anzufangen? Und ich habe gesagt, ja, das würde ich mir gerne anschauen. Meine Bewerbung ist super verlaufen. Ich habe meine Initiativ beworben, am gleichen Tag abends dann von der Personalschefin angerufen worden, ein Netzgespräch geführt und den nächsten Tag eingeladen worden für ein Bewerbungsgespräch. Ich glaube ganz wichtig, wenn man zu Bewerbungsgesprächen allgemein geht, ist, dass man sich selber treu bleibt und authentisch bleibt. Es bringt gar nichts, wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwie verstellen, um irgendwie die Rolle oder den Job zu bekommen. Potenziellen Bewerbern würde ich generell raten, sich gut vorzubereiten. Schauen, ob die Tätigkeit wirklich zu einem selber passt. Das Unternehmen, wie ist das aufgestellt? Angemessen gekleidet können wir und eben auch einfach keinen Stress machen. Einfach so sei, wie du bist.